Mein Name ist Toni Helbling. Ich bin Eigentümer der Respektums Immobilien AG mit Sitz in Chur. Ich befinde mich zur Zeit im Restaurant Quälenhof, in einem Altstadthaus, das das erste Mal geschichtlich erwähnt wurde, 1341. Wir wollten aus dem Restaurant Quälenhof einen Mischbau machen, mit Restauranten im gehobenen Segment, dann oben in Büro und Wohnungen darauf oben. Die Herausforderungen waren, die Berücksichtigung des Heimatschutzes und Denkmalschutz zu erfüllen. Aus diesem Grund musste man die Schliessanlage komplett ersetzen. Wir konnten nicht x beliebige Schliessanlage einsetzen, sondern wurde die Schliessanlage von den Kabel berücksichtigt. Diese haben alle Auflagen auch vollumfänglich erfüllt. Wir haben uns für das System Elostar entschieden, weil wir uns in einem Mischbau befinden, mit relativ vielen Mitarbeitern, es geht viel ein und aus und wenn jemand einen Schlüssel verliebt, kann man das umgehend sperren und die Sicherheit ist immer noch gewährleistet. Zusammenarbeit mit der Firma Kaba ist ausgezeichnet. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich die Beweidigung bekommen habe, vom Bund und vom Kanton für den Umbau. Beim Start der Renovation musste alles schnell gehen und Kaba war der Partner, der uns kurzfristig helfen konnte und das ganze System prompt und zuverlässig liefern konnte. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!